Handwerk hat goldenen Boden, sagt der Volksmund. Tradition und Gefühl gehören dazu, seit Jahrhunderten und auch in Zukunft. Innovationen sind ebenfalls gefragt. Und bei Märklin ist man stets offen für Neues. So entstand die Bronze-Feinguss-Edition. Manufakturmodelle in Z, Handarbeit, Leidenschaft und Erfahrung sind die Zutaten für einzigartige Projekte in einem klassischen Herstellungsverfahren. So entstehen Schmuckstücke. Morgen! Morgen! Ah, sehr schön. Total klasse. Vielen Dank. Die Sammelserie geht weiter. Als Teil 2 wird im Bronze-Feinguss-Verfahren ein Kühlwagen der italienischen Staatsbahn geschaffen. Der Anspruch ist hoch. Ebenso das Streben nach Perfektion. Der prüfende Blick entlarvt kleinste Ungenauigkeiten. Selbst winzige Lufteinschlüsse werden nicht geduldet. In meinen Augen eigentlich dieser eine Grund, dass wir hier kein Produktionsverfahren aus einem großen Werk oder Industriezweig haben, sondern wir müssen hier wirklich ganz neu denken, dass es eine Einzelherstellung von Unikaten ist. Ein weiteres Glanzlicht für jede Z-Sammlung. Der transparent aufgetragene Schutzlack verleiht dem Modell das gewisse Extra. Das Bronze-Feinguss-Verfahren macht es möglich, selbst kleinste Feinheiten im Maßstab 1 zu 220 erlebbar zu machen. Ein weiteres Projekt ist die Baureihe 85. Auch deren Lokgehäuse entsteht aus Bronze-Guss. Im Inneren ist ein Glockenankermotor verbaut. Die Beschriftung ist zugunsten der Bronze-Optik reduziert. Bronze- und Schwarztöne harmonieren bestens. Das Feinguss-Verfahren erlaubt aber auch Varianten spezieller Modelle. Das Problem war, dass diese Variante mit den drei Aufbauten so hätte eigentlich gar nicht umgesetzt werden können. Aber dank unserer Bronze-Feinguss-Edition haben wir es geschafft, in diesem Produktionsverfahren genau diesen dritten Dom obendrauf zu bekommen. Tja, die 3831-99 vom Süddeutschen Eisenbahnmuseum in Heilbronn wäre im klassischen Verfahren aufgrund der notwendigen Formänderungen nicht darstellbar gewesen. Nun bereichert sie zur Freude der Sammler die Edition der Museumslokomotiven. Auch bei dieser Maschine wird ein Glockenankermotor verbaut. Und wie geht's weiter? Vielleicht mit einer 0-1 in Bronze? Guter Versuch. Aber da hüllen wir uns natürlich in Schweigen und sagen halt, wartet auf das, was da noch kommt. Also sind wir gespannt darauf, wie es mit der Feinguss-Edition weitergeht. Und wie geht's mit der Feinguss-Edition? Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft. Untertitelung des ZDF, 2020